Bleibe 10 Sekunden lang mit einer einzigen Schattenbombe von Schatten umhüllt. Also die Schattenbombe findet ihr da in normalen Kisten in Vorratslieferungen. Geht danach, sobald ihr eine habt, auf einen Bergrauf oder Hügel. Hauptsache ihr findet da den grauen Falsen, also der Falsen darf nicht grün sein, wo keine Wiese und so weiter ist. Dann betätigt ihr die ganze Zeit den Doppelsprung, also zweimal die Sprung-Taste drücken. Wenn ihr zu weit nach unten rutscht, wo bereits wieder die Wiese ist, seht ihr, hört der Effekt auf. Versucht also immer bei den grauen Falsen da zu bleiben und nicht weiter nach unten zu gehen. Und schon habt ihr die Aufgabe erledigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017